Back in me TV Servus und grüß euch bei Balconi TV, wo ich sie heute bei mir auf dem Balkon sehe. Wir sind Alma, hallo! Hallo! Wo spült ihr uns heute? Wir spülen das Wacken-Mondlied oder auch das Vorellen-Stück genannt. Es ist von mir und es ist eine Danksagung an die Vorelle. Gut, dann. Take it away! Die Vorellen-Stück Die Vorelle Die Vorellen-Stück Ihr habt einen Schiff Musik 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 Dankeschön, Danksagung an die Forelle. Matteo, was soll es damit aufsehen? Es schmeckt so gut und das sollte man irgendwann mal sagen. Danke. Also, bei allem, ich esse sie gerne und... Okay. Ein leicht makaberes Lied? Nein, wenn man bedenkt, dass Forellen ja eigentlich kannibals sind und sich selber aufpressen, das ist von mir, glaube ich, recht human. Oder animalisch. Alma, das aktuelle Album Nativa, was kriegt man darauf zu hören? Ganz viele verschiedene Sachen. Also, Eigenkompositionen, Volksmusiknummern, von uns arrangiert. Teilweise sogar... Also, viele Lieder rund um den Mond aus ganz verschiedenen Genres. Okay. Ähm, ja. Zu eurer Musik allgemein, zeitgenössische Volksmusik. Wie kann man das, oder wie würdet ihr das auslegen, interpretieren? Wie ist da euer Zugang? Marlene? Na, uns ist die echte, alte Volksmusik ein Anliegen. So wie sie ursprünglich vielleicht gespielt worden ist, aber in einem neuen Gewand. Also, ganz unverstaubt und so, wie wir es quasi, wie wir finden, dass es in die heutige Zeit passt. Jetzt ohne irgendwelche krampfhaft aufgesetzten Elemente, sondern einfach in unserem Sound und in unserer eigenen Klangwelt. Okay. Julia, ihr wart gestern in Erl bei den Tiroler Festspielen. Habt ihr euch ein Konzert gegeben? Wo sieht man euch demnächst? Ähm, die nächsten Konzerte sind in der Steiermark beim Spielberg Festival. Und dann, ein paar Tage später, sind wir beim Jazz Festival Felden auf einer Alm. Auf das feiern wir uns besonders. Und dann, im September, muss man dann auf der Homepage schauen. www.almamusik.at, da finden wir dann alle weiteren Videos. Wunderbar, dann sage ich Dankeschön an euch, Dankeschön an Alma. Und Dankeschön an euch fürs Einglicken und bis zum nächsten Mal bei Belkunde.de wie ich euch sehe. Fiat euch. Yes! Back in Et Tagen superficie! Cos... pick UX